Einen schönen Wochenendauftakt gab es am Freitag auf Sylt. Zum ersten Mal kam der Frühling auf die Insel. Die milden Temperaturen lockten die Menschen ins Freie, die Fahrräder wurden aus den Kellern geholt, viele waren auf Shopping-Tour in Westerland unterwegs, die meisten Urlauber genossen jedoch ihre freie Zeit am Strand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017